Schon mal daran gedacht, auf Reisen zu gehen, ohne dich aus deinem bequemen Stuhl zu bewegen? Wie wär's mit jetzt? Mach dich für die aufregendste Weltreise überhaupt auf deinem Bildschirm bereit. In Äthiopien fanden Wissenschaftler 1974 Lucy die verknöcherten Überreste eines der ältesten menschlichen Vorfahren. Das war der Beweis dafür, dass die Menschheit weit älter ist, als man bis dahin dachte. Vor 5000 Jahren wurden Essstäbchen in China zum Kochen verwendet, nicht zum Essen. Indien hat das größte postalische Netzwerk der Welt. Das Land hat mehr als 155.000 Postämter und eines von ihnen schwimmt sogar auf dem Wasser. Die USA sind das Land mit den meisten Millionären. Dort gibt es 18,6 Millionen von ihnen, was 40 Prozent der gesamten Welt ausmacht. Indonesien beheimatet die weltgrößte Eidechse, nämlich den Komodowaran. Diese Tiere leben auf fünf der kleinen Sunderinseln und können Tiere niederstrecken, die größer sind als Menschen. Mehr als 40 Prozent der Fußbälle auf der Welt werden in der Stadt Sialkot in Pakistan hergestellt. In Brasilien helfen große Tümmler, das sind Delfine, den Fischern dabei, Fisch zu fangen. Menschen können in den trüben Gewässern nichts erkennen. Wenn Delfine aber Fische sehen, geben sie das durch Abtauchen oder einen Schwanzschlag zu verstehen. Nigeria hat seine eigene Filmindustrie, bekannt als Nollywood. Sie ist die zweitgrößte der Welt, gemessen an den veröffentlichten Filmen. Obwohl Bangladesch ein subtropisches Monsoon-Klima hat, hat es sechs statt vier Jahreszeiten. Es gibt den Sommer, die Regenzeit, den Herbst, die Kaltzeit, den Winter und den Frühling. Russlands roter Platz erhielt seinen Namen vom Wort Kraschni, was einst wunderschön auf Altrussisch hieß. Später bekam der Begriff eine andere Bedeutung. Rot. Die Hauptstadt Mexikos sinkt allmählich in den Erdboden ein. Das liegt daran, dass die Stadt damals inmitten eines Sees gebaut wurde, der in einem vulkanischen Krater entstand. Japan ist weltweit das Land mit der größten Anzahl an Automaten. Es hat mehr als fünf Millionen. An solchen Automaten kannst du alles kaufen. Cafés, Regenschirme und sogar Toilettenpapier. Aber keine Hamsterkäufe bitte. Das Nationalsymbol der Philippinen ist der Philippinenadler. Er ist der größte seiner Art, was seine Flügelfläche und Spannweite betrifft. Die große Pyramide von Gizeh in Ägypten ist das älteste der sieben Weltwunder der Antike. Sie ist auch das einzige Weltwunder, das noch steht. Vietnam ist das Zuhause der größten natürlichen Höhle der Welt, Hang Sun Dong. Ein einheimischer Bauer hatte die Höhle versehentlich entdeckt, als er wegen starken Regens Unterschlupf zu finden versuchte. Deutschland war das erste Land, das eine Zeitschrift herausbrachte. Genauer gesagt handelte es sich um eine dichterische und philosophische Ausgabe im Jahr 1663. Die Türkei hat Tonnen von leckerem Süßkram. Die wohl ungewöhnlichste Süßspeise wird aus Milch, Zucker, Zimt, Hühnchengeschnetzeltem und einigen anderen Zutaten hergestellt. Eine der ältesten Katzenrassen der Welt ist die persische Langhaarkatze aus dem Iran. Thailands Nationalsymbol ist der Elefant. Heute leben nur noch ein paar Tausend dieser Tiere in der Wildnis. Der Rest wurde domestiziert. Das Vereinigte Königreich verlangt von allen pferdeähnlichen Tierarten, dazu zählen Ponys, Esel und sogar Zebras in Zoos, einen Ausweis. In diesem kleinen Büchlein oder Kärtchen stehen Größe und Spezies des Tieres. Frankreich war das erste Land, das Essen konserviert hat, indem es eingedost wurde. Es war im Jahre 1809, als ein Forscher etwas Essen in einem Glasbehältnis erhitzt hat, um Mikroorganismen loszuwerden. Jedes Jahr werfen Besucher ungefähr eine Million Euro in Roms Trevi-Brunnen. Das sind ungefähr 3000 Euro am Tag. Der größte Diamant der Welt wurde 1905 in Südafrika gefunden. Es war ein 3106 Karatstein namens Kamenen. Er wog so viel wie ein Basketball. Die Menschen in Myanmar verwenden Baumrinde, um eine gelbe Paste herzustellen. Sie tragen sie auf ihrer Haut auf, um sie vor der Sonne zu schützen. Es gibt eine Insel in Kenia, die sich Lamu nennt. Dort sind Autos in der Öffentlichkeit verboten. Die Einwohner dürfen nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Eseln reisen. Babys in Südkorea sind offiziell ein Jahr alt, wenn sie geboren werden. Kolumbien wurde nach dem berühmten italienischen Seefahrer Christopher Codumbus benannt. Dieses Land ist der führende Hersteller für Smaragde. Spanien bewirtschaftet das älteste Restaurant der Welt. Es wurde 1725 von einem französischen Koch in Madrid eröffnet. Das vierstöckige Gebäude hat sogar noch seinen originalen Kachelofen. Argentinien war das erste Land, das Kriminelle per Fingerabdruck identifiziert hat. Uganda beheimatet mehr als 1070 Vogelarten. Das sind mehr als 10 Prozent der gesamten Vogelpopulation auf der Welt. Algeriens Nationaltier ist der Wüstenfuchs, der kleinste aller Füchse. Die Nationalmannschaft ist auch nach diesem Tier benannt. Der Sudan hat mehr Pyramiden als Ägypten. 200 bis 250 dieser Bauten gibt es dort, während Ägypten nur höchstens 138 zählt. Menschen aus Polen haben bisher 19 Nobelpreise erhalten, darunter vier Friedens-, vier Physik- und sechs Literaturnobelpreise. Kanada unterliegt eigenartigen Temperaturschwankungen. 1962 schwankte die Temperatur in Alberta zwischen minus 19 und 22 Grad Celsius. In nur einer Stunde. Rein zufällig war das auch das Jahr, als in dem Land die erste Hawaii-Pizza belegt wurde. In Marokko gibt es die älteste existierende Universität der Welt. Sie wurde 859 gegründet. Es werden Kamelschönheitswettbewerbe in Saudi-Arabien veranstaltet, an denen tausende Kamele teilnehmen. Das Preisgeld beträgt mehr als 370.000 Dollar. Den größten Gold-Tagebau gibt es wohl in Usbekistan. Er heißt Muruntau. Wenn du von Paracas aus im Süden von Peru eine Bootstour zu einer kleinen Inselgruppe startest, wirst du Pinguine an der Küstenlinie entlang wackelnd sehen. Die Insel darfst du allerdings nicht betreten. Das ist Naturschutzgebiet. Das größte Höhlengewölbe nach Fläche, von dem wir wissen, befindet sich in Malaysia. Es liegt auf der Insel Borneo und ist 30 Mal so groß wie ein Fußballfeld. Angola wird für das Land gehalten, das den berühmten brasilianischen Samba-Tanz inspiriert hat. Aber auch in Angola gibt es einen ähnlichen Tanz namens Semba. Der Norden und Süden Ghanas haben verschiedene Jahreszeiten. Im Süden reicht die Regenzeit von April bis Juni und von September bis Oktober. Im Norden allerdings hält sie von März bis Mitte November an. Mosambik ist das einzige Einbordland der Welt, das alle fünf Vokale enthält. In Venezuela gibt es die Angel Falls, den höchsten freifallenden Wasserfall der Erde. Im Sommer wird es dort so heiß, dass das Wasser verdampft, bevor es den Boden erreicht. Ungefähr 90 Prozent aller Pflanzen- und Tierarten auf Madagaskar gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Wegen seiner Vielzahl an Landschaftsformen und Klimazonen wird Kamerun als das Miniatur-Afrika bezeichnet. Dort werden außerdem mehr als 200 Sprachen gesprochen. Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaobohnen-Exporteur. Das Land liefert 30 Prozent des Kakaos für die weltweite Schokoladenproduktion. Im Niger gibt es die größte Tier-Fels-Zeichnung der Welt. Vor ungefähr 7000 bis 9000 Jahren wurden zwei Giraffen in Stein geritzt. Nepal ist das einzige Land der Welt, das keine rechteckige Flagge hat. Ihr Design geht jahrhunderteweit zurück. Sri Lanka beherbergt die Sigiria-Felsenfestung. Sie wurde vor 1500 Jahren errichtet und ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen im Land. In Chile gibt es die ältesten Mumien der Welt. Manche sind 5000 bis 7000 Jahre alt. Es gibt einen See in Malawi, der die meisten Fischarten der Welt beinhaltet. Er beheimatet mehr als 1000 engverwandte, aber trotzdem artenunterschiedliche Buntbarsche. Die DNA von Äpfeln gibt Preis, dass die Frucht in den Bergen von Kasachstan entsprungen ist. Die Niederlande heißen so, wie sie heißen, weil sich ein großer Teil des Lands unter dem Meeresspiegel befindet. Kambodscha ist das einzige Land auf der Welt, auf dessen Flagge ein Gebäude abgebildet ist. Es gibt eine Insel in Senegal mit einem Dorf, das komplett aus Muschelschalen besteht. Auch Straßen und Gebäude sind damit geschmückt. Schweden hat mehr als 221.000 Inseln, aber nur 1000 von ihnen sind auch bewohnt. Das ungarische Alphabet besteht aus 44 Buchstaben und basiert auf dem lateinischen Alphabet. Einstein ist auf seine berühmte Relativitätstheorie gekommen, als er in der Schweiz gelebt und studiert hat. Die Rose Valley in Bulgarien produziert die Hälfte des Rosenöls auf der ganzen Welt. Singapurer zählen zu den schnellsten Läufern der Welt. Sie legen mehr als 18 Meter in 11 Sekunden zurück. Da zieht das Leben schnell an einem vorbei. Irland wird wegen seiner weiten grünen Flächen auch als die Smaragdinsel bezeichnet. Aber steiniges Gelände gibt es dort dennoch. Vor ungefähr 15.000 Jahren war das Land komplett von Gletschern bedeckt. Während ihrer Verschiebung haben sie Erde abgetragen und so Kalksteine zurückgelassen. In Armenien belegen die Schulkinder Schachstunden als Teil ihres Unterrichtsplans. Griechenland beheimatet den ältesten Olivenbaum der Welt und an ihm wachsen immer noch Oliven. Der Baum wächst auf Kreta und ist 2000 bis 4000 Jahre alt. Die Malediven halten den Rekord für das flachste Land der Welt. Ihre höchste Anhebung beträgt gerade einmal 2,4 Meter über dem Meeresspiegel. Ein belgischer Künstler ist der einzige auf der Welt, der sein Kunstwerk auf dem Mond ausstellt. Es handelt sich um eine kleine Statue, The Fallen Astronaut. Sie wurde dort 1971 vom Kapitän der Apollo-15-Mission ausgesetzt. Die Tschechische Republik besitzt Hunderte von Burgen und Schlössern. Man schätzt die Zahl auf 150 bis 1000 dieser Bauwerke. Petra, eine historische und archäologische Stadt im Jordan, wird wegen der Farbe des Steines, aus der sie gemeißelt wurde, oft als die Rosenstadt bezeichnet. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.